Hi Leute, ich bin AC Player und das ist die 35. Folge von Kingdom Hearts. Wir sind hier am Ende der Welt und wir finden hier kein Ende. Mamma mia. Jetzt gehen wir weiter, schauen was auf uns jetzt hier noch wartet. Oh Gott im Himmel. Wo sind wir denn hier? Also ich vermute nichts Gutes. Hier kann nichts Gutes passieren. Bestimmen wir am Anfang hier Kämpfe. Wo sind wir denn? Wieso sind wir jetzt in Travestown? Aber alles blockiert, die Ausgänge. Das ist eine Kiste. Und da sind Herzlose. Ich glaube, die müssen wir besiegen, um an die Kiste zu kommen und hier raus zu kommen. Da kommen wir ja noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Jawohl, wir haben beide geschafft zu kriegen mit dem Gravitra. Wow, die Gegner sind hier langsam echt stark, sogar die normalen Herzlosen. Die werden auch immer schlimmer. Aber jetzt haben wir alle. Toll, und deswegen bin ich jetzt hier rein. Okay, dann gehen wir weiter. Ich frage mich, wie viele solche Stationen gibt es hier? Bestimmt genug, um ein paar Mal das Leben zu verlieren. Jetzt sind wir bei Alice. Werden wir jetzt alle Welten so besuchen. Wenn das so der Fall sein soll, dann kann man sich ausrechnen, wie viele Stationen es gibt. So, die Grünen, auf die müssen wir aufpassen. Die heilen. So, wunderbar. Komm, jetzt noch der eine. Oh, Mann. So, hier ging es jetzt schneller wie, wie in Travers. Und weiter geht's. Dann müsste jetzt eigentlich Tarzan kommen. Ah, vielleicht auch Herkules zuerst. Aber Tarzan müsste dann auch gleich kommen. Als nächstes. Oh, Mann. Heal. Ja, das ist ja hier ein Schlachtfest gegen die Herzlosen. Oho, Level up. Wow. Mann, wollt ihr mich eigentlich veräppeln hier? Ich werde mich dann bei... Wenn wir das hier fertig haben, werde ich mich heilen müssen. Donald liegt jetzt schon flach. Oh, Gott, diese Fische. Oh, komm jetzt her. Ja, und jetzt sitze ich in der Falle, weil ich von hier nicht rauskomme. Och, jetzt. Wenn die jetzt von hinten kommen, alle, dann bin ich erledigt. So, jetzt noch zwei, glaube ich. So, jetzt noch zwei, glaube ich. Ja, Mann. Jetzt aber. Jetzt kommt doch her. Super. Jetzt darf keine weitere Welle kommen, sonst bin ich... Jetzt habe ich keine MPs. Jetzt habe ich gesagt. Komm schon. Wie wär's, Moin Mizzara? Komm schon. This should help. Huh. Oh, Mann. Items. das passt jetzt haben wir wieder oder ich habe wieder alle mps und alle und ganze energie jetzt regt ihr mich auf jetzt ich treffe ihn nicht ohne witz endlich so hatte ganze energie hat mir was abgenommen es gibt ja auch noch ein level ab da ist die kiste die dürfen wir jetzt nicht vergessen wenn wir schon wenn wir schon hier gekämpft haben andere seite nicht so einfach da geht ja weiter noch items warte mal tauschen wo ich truhe das hier wir nehmen wir haben wir und jetzt machen wir so und weiter geht ich glaube tarzan müsste jetzt kommen ich muss aufpassen ja die wird auch vor denen kämpfen wird ja auch manchmal richtig chaotisch wer liegt da ja und mann jetzt schnell die schnelle müssen wir auch aufpassen die nächsten ach so jetzt weiß ich woher das kommt wenn die bananen scheinen lassen und ich da drauf trete dann bekomme ich diese taler in so mengen da ist noch der schnelle so jetzt haben wir die normalen äffchen noch hier die musik passt ja gar nicht zum tatsam so ja und gut wie liegt wieder da ist ein guffi für den schwachkopf und weiter geht dann müsste jetzt alladin kommen ja aber ich hab's gewusst hoffentlich kommen nicht arg zu viele munien diese gegner mag ich nämlich überhaupt nicht vor allem wenn sie wenn es sehr viele auf einmal werden da kann es ungemütlich werden wo ist die kiste ja ah so aber den linken haben wir und jetzt bin ich hier und ich sehe immer noch keine kiste bitte wenn du dich so hier einlädst ich müsste jetzt aufstehen wo ist die kiste hier gibt es keine und ich komme ja auch da nicht hoch also das heißt wir müssen irgendwo hier müsste die kiste sein hier nicht hier auch nicht hier sein die frage ist wo keine ahnung egal wir haben eh nichts gescheites da bekommen so und weiter geht's was kommt jetzt ariel halloween town ariel hier Alter Schwede, jetzt komm ich rein. Komm her. So, die kleinen kann ich kämpfen. Nein. Genau, heilen. Nicht, dass... Das dürfen wir nicht vergessen. Nicht, dass wir... Ja, wunderbar. Was ist das? Diesen Gegner kennen wir ja noch gar nicht. Aber er kennt uns auch nicht, aber der lernt uns gleich kennen. So, gleich haben wir ihn. Ah, da liegt noch was. Ja, nein, Gegner. Ligela sind Donnerquartz. Quartz. Aha, da geht es ja nicht höher. Und ich hatte Schiss, dass wir nicht da... Äh... So, dann wird es Zeit mal, hier was zu benutzen. So, da... Und weiter geht's. Da müsste Jack Skellington kommen. Oder Pinocchio. Jack. So, da sind wir erneut im Halloween Town. Da, wo wir gegen Oogie Woogie gekämpft haben. So, jetzt können wir uns hier frei bewegen. Wo wir hier das letzte Mal waren, da... Da war es ein bisschen begrenzt. Oh nein, nicht die... Achso, diese Mumifizierten kamen ja hier zum ersten Mal, glaube ich. Oh nein, da kommen wir noch mehr. Na ja, wir sind eben... Im Königreich der Herzlosen, sage ich jetzt mal. Ist ja noch einer. So, endlich. Soll ich noch die anderen heilen? Das ist die Frage. So, bitte schön. Oho, ich glaube, das ist die letzte Station und dann kommt irgendetwas Neues. Peter Pan. Ah ja, den Peter Pan haben wir ja auch noch. Was ist die Kiste? Ich habe noch keine Kiste gesehen. Hier ist auch keine. Achso, jetzt ist hier die Räumlichkeiten. Oder auch... Ich habe gedacht, jetzt müssen wir... Oh, mächtiger Schild. Jetzt müssen wir jede... Ähm... Jeden Raum abchecken. Boah, das gibt aber Angriffskraft hier. Das nehmen wir sofort mit. Wo ist der Ausgang? Hier nicht. Hier auch nicht. Wo ist der Ausgang? Hä, warte mal. Da sind Ausgänge. Ob das die richtigen sind? Oh nein, wir sind ja noch gar nicht fertig hier mit Peter Pan. Ich habe gedacht, wir haben es geschafft jetzt. Jetzt haben wir es erst geschafft. Da komme ich ja gar nicht weiter. Aber vielleicht ist hier jetzt eine andere Tür auf. Aber so wie es aussieht, nein. Also entweder bin ich blind. Da komme ich ja gar nicht durch. Und hier ist auch nichts. Nee. Dann müssen wir jetzt runter. Hier ist auch nichts. Hier war auch nichts. Und die einzige Tür ist hier. Aber da komme ich ja gar nicht weiter. Da ist noch was. Ah, hier kommen wir raus. Okay, jetzt. So, und weiter geht's. Oh je, das gefällt mir nicht. Doch, nicht die letzte Station. Wo sind wir jetzt? Hallo, Bastion. Beim Puh. Und es gibt hier eine Möglichkeit zu speichern. Also irgendwas wird hier los sein gleich. Machen wir dann weiter in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. 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 Vielen Dank.